Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Auflage des Formates mit Pfeifen und Tasten das Pendant zu den Feierabendkonzerten. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wie Sie sehen, habe ich heute selbst einmal den Platz eingenommen an der Orgel. Sie werden heute von mir das Präludium in Fismol Buxtehude Werkeverzeichnis 146 hören. Wie in jedem Video lege ich Ihnen unser Orgelprojekt ans Herz. Überweisen Sie einfach eine kleine Gabe auf unser Konto. Die Kontonummer wird jeweils im Video in gewissen Abständen eingeblendet. Nun aber viel Freude bei der zu hörenden Musik. Bis zum nächsten Mal. deep Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020